Genug geübt. Jetzt beginnt der richtige Kampf. Battle Royale. Werde ein Einstiegspunkt für dein Team. Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone gehen. Aufgepasst Leute, Geldlieferung im Anflug. Sichern die Fracht. So, schauen wir mal, ob der Ending wieder da ist. Okay. Oh, jo. Ja, fehlt hab ich jetzt bewusst nicht genommen, weil da keine Chance waren. Wo muss ich mal abspringen. Nein! Was denn? Was für ein Bastard, oder? Ich hab den... Alter, das ergibt mich. Ein HP, ein HP hat gefehlt. Und irgendwer anderer hat den dann gefehlt. So, quasi abgestoppt. Ja. Jetzt kommt noch einer neben dir runter. Okay, jetzt unter... hinter dir. Allein nicht unten. Okay, bei mir ist er ja. Unten rein bei uns. Feinde landen im Einsatzgebiet. Ziele aktiv. Schalte sie aus. Oh, da ist noch einer. Er ist unten rein, aber ich weiß nicht, wo er ist jetzt. Oh, ich hab hier eine Maschinenpistole. Weiter. Okay. 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 Nein, sorry. Du bist so reingerutscht und ich dachte, der Gegner ist das. Oh, auf mich wurde geschossen von hinten. Und dann schauen wir uns noch aus, oder? Oh, jetzt bin ich hinten. Ich bin ein bisschen wieder weg. Oh, da ist von der Tür oben. Ja. Können wir jetzt alle Platten abschnummern. Vergründete Ausrüstungslieferung unterwegs. Ja. Auto. Ganz arsch. Oh, was tut das? Was will? Nein, Auto ist explodiert. Ach so. Oh. Ja, aber... Was der abhauen kann, ist... Wann ich können laufen? Wir sind alle in der Sicherheit. Wo? Arbon. Okay, stark. Normal. Die Partner wird wahrscheinlich nicht. Guck zu Gisten, Norbert. Nicht zu lang zögern. Machst du eine Runde im Gras. Hm, stimmt. Unnötig. Auf jeden Fall noch eine. Ja. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, die ist weg. Was ich sagen muss, ich weiß die WL-Cards ja zu schätzen. Ich habe eine MP gefunden. Ja, die ist. Habe ich dir nicht gesagt. Ach so. Das mag ich am liebsten. Das mag ich am liebsten. Wie viel haben wir? 4, 6. Das geht sich nicht aus. Was denn? Komm, Platten, Bandle. Platten, Bandle. Okay. Panzerkiste geht sich da nicht aus. Elgan ist halt momentan nur einer der Meter. Ich brauche ein zweites Platten, wenn du herkommst. Hm, würde ich gar nicht. Ich brauche nur zwei Platten. Ich brauche den Glanz oder sowas, wenn das denn rausgeht. Ja. Mal Platten finden wir ja vielleicht jetzt noch dort. Ja, stimmt. Komm hier. Das war knapp. Ja, ich brauche den Glanz. Ja, ich brauche den Glanz. Ja, ich brauche den Glanz. Stimmt. Da ist auch eine Tansche. Schnappt euch die Panzer rum. Cluster hast du da auch noch. Hebt das jemand auf. Okay. Ziel markiert. Schickt den Luftschlag los. Landfrage erhalten. Clusterschlag aktiv. Da unten. Markiere den Zielpunkt. Ich glaube ich packe mal wieder die Brennern. Ja. Hier verzieht mich ein bisschen zu hart. Auf Distanz. Okay. Seht euch jetzt nicht. Ah, sie beide nicht. Oh, Sniper! Wo? Ja, sehen. Ja. Warum muss er nicht an dem gegen die? Sorry, ich ziehe mich ins Gebäude zurück. Ich habe wieder Platten verloren. Draußen ist ein bisschen falsch. D1 rüber nur. Ich gehe unter in die Schmidt. Also unter dir. Die Lauberhalter sind in die Mine gegangen. Fick sogar. Und ich hole das Monitor. Genau von mir. Gegner. Kommt hier runter. Magen, du bist ja. Ah ok, komm mal. Boah, jetzt bin ich ganz unten. Deck mich vielleicht ab von oben dann. Sssst, willst du holen? Ok. Ich werde sie einfach lassen und schauen ob die Gegner kommen. Achso. Ja, Gegner. Jei. Ja, Gegner. Scheiße. Wir brauchen genug nicht. Das war jetzt wieder zur Lut fixiert. Danke. Was ist hier auf der Kerse? Markier da eine Summit. Keine gelassen im Einsatzgebiet. Irgendwann ab. Er ist umgelockt. Greifen den Zeit an. Beide tot. Klass. Klass. Sprich alle bei der Kiste ab. Auch tot. Jetzt kannst du die Kiste mal. So, lass das Ding. Ok, von da wird ein Breze geschossen. Der Mann gehört uns. So. Ich weiß nicht, als wäre jetzt ein Shop dann irgendwo. Warte gehen. So, nur das Ding jetzt. Warte gehen. Ich würde mich da entlang der Peak vorbeihandeln. Ich halt. Ok. Oder Richtung Erfind. Ja, ich würde einfach da geradeaus gehen. Da. Markiere einen Sammeln. Warum sollte ich links und rechts, weißt du, wo wir gefahren sind? Links ist der Berggefahr, rechts ist der Berggefahr. Markiere einen Zielpunkt. Ja, einfach geradeaus. Wir sind bald. Da ist das Risiko, dass da am wenigsten Leute sind auf jeden Fall, die uns abähmen können. Am höchsten. Ok. Wenn wir links rauf gehen, wo gerade der Breze kommt, wissen wir das sind Gegner. Im Peak werden auch Gegner sein. Das heißt, wir haben immer die Position unter ihnen. So gehen wir aber schon mehr in die Mitte ran. Mhm. Und können uns ja dann dort positionieren, wo du markiert hast. Ja. Da haben wir dann auch Häuser und alles. Dort ist auch ein Shop dann. Genau, wir könnten da zum Shop einmal anstehen. Mhm. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Mhm. Was ist eine Gasmaske? Nein. Was ist eine Gasmaske? Du? Du? Ja. Irgendwie ist uns ein Schuss gefallen. Ich? Nein. Aber es hat sich näher angehört. Geht mal zuerst. Man braucht das wenigste. Ja. 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 Alles was Geld ist, dass wir da schon ausgehen. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Ich bin da mal in die Häuser genommen. Markiere einen Händler. Dann sind wir gut in der Mitte in der Bahner. Da haben wir da noch einen Ballon. Das ist nice. ok da gibt es nur eine sicht aber mich hat auf mich an englern anlage es ab jetzt ist es in dem haus so viel Geld muss man haben da ist auch einer hineingelaufen nehmt uns oder was ja oder ist der jetzt wichtiger feind schon wieder keine Flamme hast du das erste gekauft nein oder warte mal oh ja nein das war nur Munition was ich aufgesammelt habe boah hat es ja bisher auch da liegt ein Wahnsinn habe ich genommen jetzt so muss ich aber das sind die die musste hin noch einer scheiße das hätte ich nicht schießen sollen einer nockt nochmal nockt ich sehe ihn nicht muss auch nicht ich hole mich selber oder nein eigentlich kann ich runter komm rein aber ich tipp dich dann an bleib bei mir das Napas sitzt ich weiß aber jetzt wo das Napas sitzt das Napas sitzt genau in dem Haus ohne dem ohne dem ja markiere den Zehre nicht deinen Weg dann aber hinten weg also er ist jetzt weg weiter weiter gut ich kann mal sagen ja der Whisky Mann hier ähm Frage ob dort noch in dem Haus so ist ob die haben eigentlich keine Ansicht da vorne gib mir Geld oder na mach du das oder ich kann dich besser abdecken Panzerplatten tauch noch eine Panzertasche ja eine Tasche und renn dann gleich in das weiße Haus ok oh check ich renne ins Haus ich geh mal rauf ich droppe jetzt einmal kommt dann schnappt euch die Panzerung schau ich schau ich schau warte mit dem Nehmen dann vor bitte warte mit dem Nehmen nimm mich immer gleich also sparen wir uns Platten so sorry das hab ich jetzt nicht ganz verstanden nimm nicht immer gleich die Plattenkiste weil sonst sparen wir uns keine Platten jetzt fehlen ja wieder welche aber da liegen welche ok ok weil ich kann ja meine Truppen die wir sind ich glaub dem Flugzeug das war unser Kopf gell kann man sagen weil es war drei und ist was weg betrunken ist aber noch zwei jetzt da hinten im Haus ist einer markiere den Zielpunkt also Baracke ok so haben wir jetzt gesplittet bleiben im Haus ich bin nur ein zweitergang du musst du da noch kommen da drin ist ein anderer ich geh ein zweiter ich komm gleich mit weil dann soll die Kiste sein auch ich komm rein aber das warst du wow das mich verschreckt aber du bist halt wieder vorne warst du noch mal dass ich wieder die Leute sehen ich lass auf uns ja was ist Gegner beim Ballon in der Gegend ahn ist deswegen geht man nicht vorne in der ich hab nicht markiert dass der Gegner da drüben ist ja das war nicht du aimst irgendwo hin und jetzt rennst du einfach open field ah ich wollte eigentlich mit dem Ballon da weg ja warum lootest du mich nicht vor dann hättest du mich vielleicht holen können aber das sind ur viele Gegner gewesen jetzt ja aber dann verstehe ich warum du weg willst wenn eh da alle abdecken naja stimmt das war jetzt irgendwie falsch reagiert aber was war ein Mann die haben jetzt die Klasse nur auf uns geworfen weil sie mich gesehen haben